Am Ende, wenn wir es nicht tun, macht es China. Jetzt geht es halt schon wieder los, dass wir wirtschaftlich gesehen vom Fortschritt her komplett abgekapselt sind und ultraabhängig sind von China und den USA. Und wir werden uns dann einfach nur mit dem System zurechtfinden müssen, dass es dann am besten meistert. Also es ist dann auch international eigentlich die Herausforderung. Ich glaube, die wenigsten da draußen wissen, dass ein Großteil der Strecke nicht aktiv von den Piloten geflogen wird. Und hat das komplette Flugzeug nach unten versenkt. Ja, heute geht es hier bei OMS Talk um das Thema autonomes Fahren. Und ich habe den Noah hier bei mir. Hey Marcel, freut mich sehr, hier zu sein. Aber das Thema hatten wir schon bei der KI mitbesprochen, dass vor allem China und die USA sehr stark miteinander oder sehr stark neben dem Thema KI drinnen sind. Und das selbe ist jetzt schon wieder auch beim automatisierten Fahren. Weil es ist ja alles KI gestützt. Wir haben Baidu, wir haben Google als die beiden größten Giganten auf dem jeweiligen Kontinent. Jetzt geht es halt schon wieder los, dass wir wirtschaftlich gesehen vom Fortschritt her komplett abgekapselt sind und ultraabhängig sind von China und den USA. Und da musst du dich auch wieder fragen, weil in der anderen Folge hatten wir ja auch das Wertesystem angesprochen. Ja, stell dir mal vor, drastisch gesagt, Russland bringt so ein Auto auf die Straße. Ich glaube, das ist jetzt ausgeschlossen. Die haben sich ja jetzt aus dem Ding komplett rausgebombt. Stell dir mal vor, der hätte etwas mehr Geduld gehabt. Und in Russland hätte es drei Millionen Autos gegeben, die von russischen Ingenieuren entwickelt und programmiert worden sind. Und dann kommt irgend so ein Großdetat und sagt, okay, wir machen das wie ein Airdrop. Wir lassen die Dinger jetzt mal Randale fahren. Ja, das ist ja ein spannender Aspekt. Also möchtest du überhaupt ein Auto aus dem Ausland haben oder aus einem Land, wo du nicht weißt, wie da sich das alles entwickelt? Weil letzten Endes, wie gesagt, deren Wertesystem ist in dem Auto einprogrammiert. Also es ist ja dann auch international eigentlich die Herausforderung. Hätten wir jetzt eine absolute Utopie und wir würden alle in Frieden leben und mein Gott, eine KI führt die ganze Welt an. Dann wäre ja alles kein Problem. Aber wir haben wieder unterschiedliche Interessenskonflikten an verschiedenen Orten und eben auch das Thema, wenn du Russland sowas machen willst. Ja gut, das könntest du ja auch weiterspinnen. Das Problem ist, wenn die Dinger miteinander connected sind, dann ist natürlich auch die Gefahr der Hackbarkeit. Stell dir mal vor, wir haben da Millionen von Autos, die da automatisiert draußen runterfahren und dann hackt ein anderer Terrorstaat diese Technik. Und sorgt dafür, dass tausende von Autos in der Sekunde einfach aufeinander fahren. Also aufeinander prallen. So schnell kannst du ja eigentlich gar nicht eingreifen, also durch Virus oder was immer auf den Algorithmus losgelassen wird, dass du das ausschließen kannst. Bis dahin hast du unheimlichen Schaden verursacht. Da wäre eine Möglichkeit, wie ich mir vorstellen kann, nur ein dezentrales System. Dass du sozusagen sagst, die Autos kommunizieren miteinander, aber nur einem gewissen Radius. Also sagen wir mal, jedes Auto in einem Umkreis von einem Kilometer kann miteinander kommunizieren. Dass jedes Auto ein zentrales System hat. Wenn ich mir jetzt beispielsweise wieder Waymo anschaue, die haben beispielsweise fast jede Komponente, die wichtig ist, um den Wagen wenigstens zum Stehen zu bringen, doppelt drin. Die haben doppeltes Bremssystem drin, doppeltes Fahrersystem. Einen zweiten Computer haben sie drinnen, der alles überwacht. Und sobald er merkt, da ist irgendwas komisch, bringt er das Ding zum Stoppen. Also ist auch einfach die Frage, wie gut sind unsere Backup-Systeme. Und wie gesagt, wie hoch ist das Risiko für uns, dass sowas wirklich passiert. Aber aktuell, glaube ich, immer noch mittelfristig, dezentrales System, die Autos, wenn sie kommunizieren, dann einen gewissen Radius. Ansonsten würde es wohl erstmal eine Mischung bleiben aus, du hast Personennahverkehr, also Taxi-Ersatzdinge. Und du hast trotzdem noch Leute, vor allem auch in Deutschland beispielsweise, die sich ein Auto einfach kaufen, fahren wollen. Und an gegebenen Situationen, das ist der KI überlassen, dem Alkohol. Wann ich jetzt auch denke, ich bin ja leidenschaftlicher Motorradfahrer. Was geht denn damit? Da hört man eigentlich gar nichts. Aber jetzt mal ohne Scheiß, was machst du mit solchen Leuten oder Quad-Fahrern? Ich habe ja jetzt keine Rennstrecke um die Ecke, wo ich mal ein Mänger fahren kann. Ja, das ist schon krass. Ich glaube auch, das Thema, das wird sich einfach nicht aufhalten lassen, weil am Ende, wenn wir es nicht tun, macht es China. Die haben ja Millionen Städte mittlerweile da hochgezogen, wo halt mittlerweile sehr viele Autos und immer mehr da rumfahren. Die haben ja da echt interessante Unternehmen, auch sehr spannende Unternehmen. Kommen ja sogar jetzt auch im deutschen Markt, BYD zum Beispiel, die recht preisgünstige Autos haben, Elektroautos, die aber schon auch die Technik ähnlich wie Tesla an Bord haben. Der Ansatz, den du sagst, das kann man dir ja erst vorstellen, dass du praktisch einmal einen Algorithmus hast, der natürlich vernetzt arbeitet, um die Konnektivität sicherzustellen, aber du irgendwie so eine Art Fundament hast, wo sozusagen der Algorithmus autonom entscheiden kann. Wo es praktisch nicht draufgehen kann, dass du jetzt den so hackst, du Autofahr gegen das andere Auto. Dass das wirklich final so ausgeschlossen ist, dass du da gar nicht von außen sozusagen an diese Entscheidung rankommst. Bei Mercedes beispielsweise, die testen es ja Stufe 3 fahren aktuell, die testen es ja aktuell auf der Autobahn und da hat sich auch die Frage gestellt, du kommst in eine Dilemmasituation, zum Beispiel, ich meine, in dem Fall ist es ja nur für die Autobahn. Was könnte denn passieren? Einer fährt knapp hinter dir auf, das kannst du ja nicht verhindern in dem Fall und vor dir schert jetzt einer noch richtig eng ein. Was machst du? Wenn du bremst, fährt der dir hinten drauf. Wenn du Gas gibst, fährst du vorne drauf. Also entweder oder. Bei Mercedes haben dich jetzt so programmiert, vorne die Kollision verhindern. Das ist das ultimative Ziel. Vorne die Kollision verhindern. Weil die Theorie ist gut, wenn ich hinten oder wenn ich abbremse, dann hat der hinter mir auch noch Zeit abzubremsen und der dahinter hat wieder mehr Zeit zum Abbremsen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass, auch eigentlich letztendlich Wahrscheinlichkeitsrechnung, die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Unfall baue, wenn ich abbremse, ist geringer, als wenn ich Gas gebe und dem vorne reinfahre. Das ist der Mercedes-Ansatz für dieses Fahrtszenario. Wie gesagt, du hast ja unendlich viele Szenarien. Und da siehst du halt wieder, dass letzten Endes das Duell, will ich sagen, trotzdem zwischen China und den USA ausgetragen wird, die einfach eine viel riesigere Datengrundlage haben als wir. Und wir werden uns dann einfach nur mit dem System zurechtfinden müssen, dass es dann am besten meistert. Was sehr erschreckend ist für Europa insgesamt. Ja, das sind wir wieder an dem Punkt, wo wir halt sagen müssen, da haben wir uns einfach abgehangen. Während in den USA halt wirklich schon Teststufe 4 und 5 autonomes Fahren erlaubt ist. Bei uns Datenschutz ein großes Thema. Bei uns Datenschutz einerseits ein großes Thema und andererseits machen wir einen riesen Drama daraus, wenn Mercedes mit 60 auf der Autobahn fahren darf. Werden wir schon wieder als Tesla-Beispiel klar sehen, dass es funktioniert und fast sehr, sehr gut. Was auch interessant ist, da redet auch keiner in dem Zusammenhang drüber. Ich fliege ja viel und gern. Ich glaube, die wenigsten da draußen wissen, dass ein Großteil der Strecke nicht aktiv von den Piloten geflogen wird, sondern von einem Autopiloten geflogen werden kann. Das heißt, der Pilot könnte eigentlich jeden begrüßen, sich im Nachbarsitz setzen und einen trinken mit dir als Fluggast. Und das Ding steuert autonom und selbst wenn es von der Strecke oder von der Route mal weggeblasen wird, korrigiert es das wieder und kommt wieder auf die richtige Bahn. Und Autopiloten gibt es ja schon sehr lange im Flugverkehr und da hat man auch kein Problem. Es sitzen immer zwei im Flugzeug und da sage ich wieder, naja, das ist auch eine Art der Sicherheit, die man natürlich den Menschen gibt, weil du hast einen Piloten, du hast einen Co-Piloten. Das heißt, du hast zwei der Sicherheit, aber diese Strecke wird doch zum nicht geringen Teil von einem Computer mehr oder weniger übernommen, wo kein Pilot die ganze Zeit am Steuerhebel. Das ist das Letzte, wo ich jetzt dran denken muss. Also streng genommen ist das ja auch nur autonomes Fahren mit Aufsichtspersonen. Also wenn du nach der Skala gehst. Betreutes Fahren. Fliegen. Fliegen in dem Fall. Das ist ja Stufe 4, wenn du es wieder so nimmst. Das musst du ja auch mal trotzdem drüber nachdenken. Einer der letzten Flugzeugabstützer, an den ich mich wirklich erinnere, weil das ja dramatisch war, war das Thema. Da ist, glaube ich, der eine Pilot ist rausgegangen. Auf jeden Fall war am Ende nur noch der Co-Pilot in dieser Kabine drinnen und hat das komplette Flugzeug nach unten versenkt. Ja, das war, glaube ich, vor sechs oder sieben Jahren in den französischen Alpen, der sich da anscheinend selber umgebracht hat. Also das ist immer noch, ne? Er hat sich anscheinend selber das aktiv, dieses Flugzeug gegen den Berg oder so gesteuert. Ja, eben. Eurowings war das, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, ich weiß nur noch, dass das passiert ist und dann musst du dich halt auch trotzdem fragen, gut, freie Entscheidung hin oder her oder möchte ich das Leben einer Maschine geben oder einem Menschen. Aber anhand dessen, wie das jetzt funktioniert, bin ich mittlerweile einfach schon so weit, ich bin ja auch mit Technik aufgewachsen, muss man fairerweise sagen, ich bin so weit, dass ich jederzeit sagen würde, ich vertraue eher der Maschine als den Menschen, der potenziell labil ist, der nicht rational denken kann. So weit bin ich und ich glaube, so weit ist auch ein Großteil der Gesellschaft. Es muss halt einfach nur ankommen. Und ich habe dazu noch ein sehr schönes Zitat von Harald Lesch gesehen, der ist ja sehr bei Terra X und ZDF unterwegs. Der hat auch diese Mobile Maschinen beispielsweise gemacht. War nur fünf Minuten die Folge, aber trotzdem super spannend, ihn dabei zu sehen. Und er hat dann den Satz gebracht, den ich eigentlich wirklich sehr schön fand, um dieses ganze Thema abzuschließen. Wichtiger als die Freude am Fahren, ist die Freude am Leben. Und ich glaube, diese Diskussion, die wir jetzt haben, wie schon damals, werden in 50, 60 Jahren die Leute drauf gucken und sagen, was sind das für Deppen? Damals der Pferdekutscher. Wie damals der Pferdekutscher. Wie damals der Pferdekutscher.